Hey, hey, hallo Leute und willkommen zum voraussichtlich finalen Part von Let's Play. Ja, der Clue 2 für den PC, welches nach wie vor eines meiner Lieblingsspiele ist, ich wollte es nur nochmal erwähnen. Ähm, ja, wir waren im letzten Part hier drin, da, da ist es direkt, das Kraftwerk. Und ja, es steht noch ein Level bevor, aber eine Sache möchte ich doch jetzt am Ende noch schnell getan haben. Ähm, ey, willst du nicht, willst du dich nicht endlich mal hier wegbewegen? Nein, okay. Gut, dieser Mann wird dann noch bis an sein Lebensende rumstehen. Was sagten wir im Inventar? Gut, hab ich alles schon verkauft. Ähm, ja, ich persönlich weiß nicht, was dieser Kerl eigentlich für Probleme hat. Aber, naja. Kümmern wir uns nicht weiter um Probleme von Fremden, Sondern kümmern wir uns endlich um das letzte Level. Allerdings muss ich vorher nochmal kurz, sobald ich da oben stehe, cutten und was nachschauen. Einen Augenblick. So. Gut, dann. Ich verstehe gerade wieder eine Sache nicht, aber ist egal, wir machen einfach weiter. Neuer Plan. Uns fehlt nämlich nur noch das gute alte Minis für Flight. Der Ort an dem Sinclair verschwunden zu sein scheint. Daisy meint, dass ich es nur bis zur Verdunklungsmaschine schaffen muss, damit unser Plan gelingt. Zielverdunklungsmaschine lahmlegen. Circa 0 Kilogramm. So, nehmen wir mal noch eine Weile. So. Das ist übrigens ja der gute alte Sinclair. Das ist Daisy, das bin ich. Sinclair. Das ist ziemlich gut, hm? Tracker. Wäre cool, wenn... Egal. So. Was brauchen wir? Wir brauchen einen Lötkolben. Ich glaube, wir brauchen... Brauchen wir die Triche? Erstmal kriegt jeder einen Lötkolben. Gut, du kriegst nichts. Du kannst nichts kriegen. So, ich bin mir da gar nicht mehr sicher, ob man die Triche braucht. Deswegen nehme ich einfach mal welche mit. Und ich glaube, mehr brauchen wir auch gar nicht. Okay. Wir können noch keinen weiteren Komplizen mitnehmen, wie man vielleicht gerade gesehen hat. So. Wo ist ein Daisy? Ach ja, Daisy ist beim Hintereingang. Hier hinten. Hinter dem Gewächshaus übrigens. Und Sinclair... Der ist oben in seiner Zelle zusammen mit diesem Doktor, von dem Daisy in einer Sequenz gesprochen hat. Und das ist die Verdunklungsmaschine. So. Fangen wir mal an. So, die... Dinger hier, die Laserschranken sind gerade ausgegangen. Das nutzen wir natürlich gleich aus mit beiden Charakteren. Ich werde sie hier schon mal da hinten hinstellen, wo sie hingehört. Und damit ich das hinterher später nicht mehr machen muss. So. Du öffnest jetzt, glaube ich, mit dieser Karte die Tür, oder? Ne. Die ist schon offen, oder was? Oder muss ich sie noch aufbrechen? Ne, scheinbar... Scheinbar ist das schon offen. Nicht? Ach ja, natürlich. Das ging alles mit dem Lötkolben zu öffnen. Da war ja was. Jetzt müssen wir mal schauen. Der Kerl steht gerade noch so, dass er mich sehen würde. Also eher unpraktisch. So, warten wir auf den Kegel. Ja. Okay, jetzt können wir ihn drauf machen. Und hinter ihm herlaufen. Aber wie läuft denn der jetzt? Läuft der jetzt rechts rum? Ja. Was öffnest du? Du machst Daisy auf. Du machst Daisy auf. Und du machst Daisy auf. Daisy, du gehst jetzt bitte mal schnell rüber. Matt. Bei dir ist alles im Lot. Gut. So, ich muss jetzt ganz nah an ihm dranbleiben. Denn gleich. Gut. Das war sehr knapp. Das war mir vielleicht sogar schon ein bisschen zu knapp. Mal schauen. Nee, war es eigentlich nicht, aber trotzdem. So, und während der Kerl da jetzt wieder umdreht, machen wir hier mal kurz auf. Leider vergeblich. Die Tür ist also scheinbar schon offen. Huch. Huch. Guten Tag. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist jetzt ganz schön scheiße. Nein, das ist jetzt. Mach hin, mach hin, mach hin, mach hin und dreht dann ganz schnell um. Sieht er mich hier? Nein. Oh Gott, ich muss jetzt schnell hinter ihm her. Ah. Jetzt sieht er mich. Das ist ja doof. Da muss ich mir irgendwas überlegen. Ich weiß auch schon was. Ich gehe immer noch mal raus. Und warte noch mal. Ich höre wieder auf... Ja. So, jetzt müsste der andere kommen. Jetzt muss ich wieder auf den hier warten. Jetzt darf ich natürlich auch nicht in ihn reinrennen, sodass er mich so durch den... Äh, so sieht. Wenn ich in ihn reinrenne... Durch ihn durchrenne dann im Prinzip, ne? Dann... Fühlt er mich natürlich auch mit seinem Pegel. Ist die Tür doch schon offen, ja? Ja, ist ja gut. Schnell durch, nicht schnell wieder zu. So, jetzt muss ich nur aufpassen wegen dem. Genau, der kommt da jetzt nämlich gerade wieder. Ähm... Das kann tatsächlich sehr knapp gewesen sein. Ich probiere es jetzt einfach mal kurz so aus. Mir bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig. Ich weiß nicht, muss ich jetzt durchrennen? Oder muss ich noch warten? Ich guck mal schnell, sieht er mich hier dann? Ja doch, hier sieht er mich dann. Gut, dann muss ich scheinbar wirklich durchrennen, sobald er vorbei ist. Das wird lustig. Achso, ich muss sowieso jetzt hier nochmal schnell aufhören und spulen. Denn die gute Daisy muss auch mitmachen. So, ich spulen mal, bis sie hinter der Lichtschranke ist. So, ungefähr. Ab jetzt los. Ganz schnell, ganz schnell. Das muss richtig schön schnell gehen. Ja, die Kamera ist ja gerade extrem eklig. So, jetzt muss ich wieder mit Matt schauen, also bis sie da ist. Vielleicht noch ein Stück zurück. So. Daisy, jetzt kannst du. Machst du mal runter. Matti. Jetzt kannst du direkt durchrennen. War sogar einigermaßen knapp. Will ich jetzt erst ganz hoch? Oder nicht? Also hier will ich definitiv noch nicht hin. Was würde mich denn theoretisch hier erwarten? Was bringst du mir? Keine Ahnung, wo das ist. Was macht denn der Kerl? Kommt der hier rein? Nein. Der Kerl von unten kommt ja auch nicht hoch, nein. Gut. Dann bist du jetzt wieder an der Reihe. Einmal bis du den Schalter umgelegt hast. So. Und jetzt bitte mit dem Lötkolben das Ding öffnen. Danke. Schauen wir mal. Du könntest hier durchgehen. Geht's gar nicht höher? Nein, es geht nicht höher. Du musst also da durchgehen. Wo führt mich das hin? Ist da eine Wache? Ja, das ist über mir, oder? Ja, es ist über mir. Ja. So, Matt, ist das der, wo Daisy steht? Ja, ist es. Dann mach doch bitte mal die Tür auf. Die Tür ist schon offen. Hast du umgelegt? Nein, hast du natürlich nicht, du Hurensohn. Dankeschön. Daisy, du darfst. Runter geht's nicht, also geh ich weiter hoch wieder. Hier ist der nächste Hebel. Da kann ich Matt weiter schicken. Gut, was wäre hier ganz oben? Ah ja. Keine Ahnung. Ähm, Matt, wo musst du jetzt hin? Du könntest entweder hier ganz hoch, ist es jetzt... Ne, hier ganz oben ist es noch nicht. Das müsste dann... ...das hier sein, oder? Moment, ist das nicht das O'Day-Sigert war? Ist doch das O'Day-Sigert war. Oh, das ist doch ganz oben hier. Nicht wahr? Ja. Dann legst du bitte um. Nein, Daisy, du bist so behindert im Kopf. Diese Schalter umlegen. Danke. Matt, warten bis es aus ist und durch. Hier oben dürfte keine Wache sein. Richtig, richtig. Äh, wo sind die Schalter? Äh, wo sind die Schalter? Da hinten sind die Schalter. Da wollen wir gleich hin. Ähm, ich gucke aber erstmal kurz hoch. Hier ist der weitere Schalter. Das ist okay. Ähm, das ist die Schalter bei Daisy. Ne, das sind die Schalter für ganz oben. Da muss ich mal eben schauen. Da muss ich jetzt wahrscheinlich dorthin, oder? Ja, das sind die, die bei Daisy aufmachen. Oh, und noch einer, der mir sehr gefällt. Den drücke ich mal kurz runter. Das ist... Ah, schau mal. So. Ich bin mit Sinclair erstmal frei. Was macht das? Das macht das. Okay, gut. Äh, Sinclair werde ich gleich brauchen. Den coolen Typ hier. Aber erstmal bleibe ich kurz hier oben. Und ich will nochmal kurz das... Ach, schau mal hier. So. Also, Matt. Jetzt gilt es erstmal Daisy zu befreien. Dafür musst du ganz hoch gehen, Madame. Und mir ganz ans Ende. So, Matt. Du darfst. Den Hebel umlegen, bitte. Danke. So, jetzt kann Daisy hier durch. Und jetzt kann Daisy hier hoch. Und hier durch. Und alles ist wunderbar. Ja. Jetzt brauchen wir das hier. Matt, du kannst auch wieder hoch gehen. Was machst du? Du machst die beiden oben, richtig? Richtig. Jetzt will ich nochmal kurz hier schauen, was macht denn der da eigentlich? Auch die beiden? Und der hier? Auch die beiden. Also sind die tatsächlich vierfach geschützt? Oder dreifach? Dreifach. Ja, dreifach. So. Daisy, du legst bitte den linken Schalter um. Damit Monsieur Matt hier durchgehen kann. Und damit ist es dann noch schon so gut wie geschafft. Denn jetzt sind wir auch mit ihm hier ganz oben. Hey, Sinclair, na was geht? Alles fit im Schritt. So. Monsieur Matt, du darfst dich bitte an diesen Schalter stellen. Monsieur Sinclair, bitte an diesen Schalter. Monsieur Sinclair, was zum Teufel tust du? Mal im Ernst. Stell dich bitte mal dahin. Und Madame Daisy, du stehst bereit. Dann, Daisy, du fängst an. Rechter Schalter, unten. Sinclair steht, bereit. Madame Daisy. Hä, warum ist der rechte Schalter jetzt unten? Du solltest ihn jetzt noch nicht runterdrücken, okay? Du stehst bereit, alle stehen bereit. Madame Daisy. Was hast du denn denn jetzt schon wieder runtergedrückt? So. Monsieur Sinclair. Monsieur Matt. Wurst. Natürlich muss Matt wieder versauen. Ach Gott, was ist denn jetzt wieder falsch? Wer backt denn jetzt wieder rum hier? Ich mach's nochmal. Es ist schlimm, dass es mit den Schaltern so ein bisschen, so ein minimal bisschen rumbackt. Also du hier ziehst diesen Schalter runter. Du hier ziehst diesen Schalter jetzt bitte runter. Danke. Du hier ziehst jetzt bitte diesen schwulen, gottverdammten Schalter runter. Matt, bitte zieh den Schalter runter. Danke. Äh. Ja, natürlich. Ich geh jetzt auch gar nicht schnell wieder hoch. Heißt, ich muss das noch ein bisschen besser timen mit Daisy zusammen oder was? So, jetzt hat's irgendwie funktioniert. Damit hab ich die Verdunklungsmaschine lahmgelegt und alles getan, was ich tun konnte. Was jetzt passiert, entzieht sich meiner Kontrolle. Hiermit kann ich die Planung beenden. Schauen wir mal, ob alles funktioniert hat. Ich hab da so meine Bedenken, dass das hier alleine im ersten Raum schon funktioniert hat. Äh. Höh? Oh. So, probieren wir es jetzt nochmal. Ich hab mich nur ein bisschen weiter in die Ecke gestellt. Wenn das wieder nicht funktioniert, dann... Äh. Aber ich bleib einfach mal optimistisch. Und es funktioniert sehr schön. So, mal schauen. Wo es jetzt hängen bleibt. Und da haben... Los, wir müssen hier raus. Ja. Aber wie kommt man hier raus, Matt? Ich kenne den Weg. Aber zuerst hab ich noch eine Frage. Wer könnte Interesse daran haben, die ganze Stadt in Dunkelheit zu hüllen? Die Antwort liegt eigentlich auf der Hand. Es gibt nur noch einen funktionierenden Wirtschaftszweig. Und das ist die Glühbirnenindustrie. Und ich sage Ihnen, ich gehe hier nicht raus, bevor ich dem nicht ein Ende gesetzt habe. Sequenz aktiviert. Ihnen bleiben fünf Minuten bis zur finalen Destabilisation der Generatoren. Ich empfehle einen abgemessenen Sicherheitsabstand. Bleiben Sie wohl. Die frei werdende Energie wirkt sich in der Peripherie entladen. Und das bedeutet? Die schrittweise Zerstörung des Komplexes, bevor der Countdown überhaupt beendet worden ist. Oh nein! Es hat schneller begonnen, als ich gedacht hatte. Wir müssen hier raus! Sofort! Um uns herum explodierten Tanks und rissen Leitungen auf. Wir mussten um unser Leben laufen. Wir mussten um unser Leben laufen. Ja, ich wollte sagen, da haben wir es geschafft. Das hat es leider nicht mehr ganz aufgenommen. Ganz einfach, weil dann die Videosequenz angefangen hat und Darth Raps immer meint, jetzt mache ich mal die Aufnahme aus. Ja, jedenfalls haben wir es geschafft. Das war das Spiel. Das war der Clue 2. Wir haben ihn jetzt durch. Ja, das hier sind jetzt gerade die Credits. Währenddessen rede ich gerade. Das ist übrigens jetzt gerade nachkommentiert, weil auch die Credits halt in der Videosequenz sind. Und ich habe jetzt hier gerade, also ich habe die Credits fertig geguckt, jetzt habe ich jetzt ganz schön in mein Renderprogramm gepackt. Und jetzt schaue ich das gerade zusammen mit Audacity und kommentiere das halt mal eben nach. Ich wollte kurz ein paar Dinge sagen zu dem Let's Blee. Ich sage es mal so, ein paar Parts waren vielleicht ein bisschen verkackt dadurch, dass ich viel, also dadurch, dass ich immer sehr viel Lust auf dieses Spiel hatte, habe ich auch manchmal aufgenommen, wenn ich nicht allein zu Hause war. Wie dieser Part jetzt auch gerade. Ich denke mal, das merkt man schon in der Kommentierweise. Nur mal im Vergleich, erster Part zu dem, ja, die Kommentierweise ist anders. Anders, weil ich dann nicht so rumschreie und meine Stimme nicht so extrem bestelle und so, weil ich das eben nicht tue, wenn ich nicht allein zu Hause bin, ne? Ähm, deswegen nehme ich halt meistens auf, wenn ich allein zu Hause bin. Und, äh, ja, ich denke mal, das sollte jetzt trotzdem kein sehr großes Problem gewesen sein. Ich denke mal, das, das ging so, das ging so, hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich wirklich. Naja, was soll ich noch sagen? Ich liebe dieses Spiel und ich kann es, ja, jedem nur so ans Herz legen. Es gab leider bis heute keinen dritten Teil. Ich werde den ersten Teil übrigens demnächst auch irgendwann noch spielen. Der ist auch ziemlich cool und uralt. Also der ist wirklich alt, älter als alt. Ähm, und hat einen verdammt geilen Soundtrack-Video-Teil hier auch meiner Meinung nach. Ähm, es sollte mal, also es gab mal so eine Gruppe, die hatten, die haben an einem dritten Clue-Teil gearbeitet, der hieß Open Clue. Und mit denen habe ich auch oft geschrieben und so. Und, äh, dadurch habe ich übrigens auch erst mal den ersten Teil gespielt. Ich kannte immer nur den zweiten Teil, habe mich nie wirklich informiert und da hat mir der eine immer gesagt, hier, alter, spiel mal den ersten Teil. Den habe ich denn mal gespielt und der war auch geil. Ähm, ja, aber die, ich weiß nicht, das hat dann irgendwann aufgehört, da kamen irgendwann keine Updates mehr. Und dann war in den Foren keiner mehr aktiv. Und dann habe ich nichts mehr von gehört, das ist inzwischen auch schon gut fünf Jahre her. Mit dem Open, mit der Open Clue-Geschichte. Naja, jetzt sind die Credits zu Ende und damit würde ich jetzt auch erst mal sagen, jetzt ist das Projekt zu Ende. Ich kann eigentlich nicht wirklich ein Fazit zu dem Spiel geben. Ich denke mal, das habe ich oft genug während des LPs getan, weil ich sie auch schon kannte. Naja, ich sage erst mal Tschüss. Bis zum Nachfolgeprojekt. Was ist denn das überhaupt? Müssen wir kurz gucken. Das Nachfolgeprojekt. Da steht's. Ah, okay. Viel Spaß und Tschüss. Bis zum Nachfolgeprojekt.